Willkommen zurück zu Serious Sam 4 und zwar machen wir hier weiter Kapitel Nummer 11 und zwar Viva la Resistance. Ich würde sagen legen wir los. Let's go, lass knacken und viel spaß. Comrades, this man has come from far away to join our fight. I know we do not always love the Americans, but today we do not fight for France or Algeria or America. We fight for Earth. So listen carefully. I shall say this only once. We must get to the castle. I know we have lost many good people trying, but our informant has found another way. I will not lie to you. This may be our final mission, but I say it will be worth it. What do you say, Sam Stone? I don't usually do big epic speeches. That's more of a general brand thing, but I just lost a good friend and I think he'd like me to say something inspiring. So here goes. We're gonna storm that castle. We're gonna get that grail. We're gonna kill Ackerman and we're gonna win this goddamn war. Viva la Resistance! Viva la Resistance! I did not know you spoke French. I don't. I heard that in the movie. magnify the informant man 1.200 meter Be coming! entspann ich drücke halt links um doppelwaffen ein und auszuschalten ja wenn man damit mal ein bisschen rum rennen also wie gesagt ich kann das spiel wirklich nur weiter empfinden der wirklich mal auf action steht er ist hier bei mir genau richtig weil somit können wir auch ein bisschen munition sparen die schreihälte sind ja auch verdammt laut wahrscheinlich hat er sich hier verlaufen aber kann schon mal passieren dass man einfach mal im boden stecken bleibt koffer euch gefällt die mucke im hintergrund so natürlich hier auch wieder alles schön einsammeln den stelle ich mir im cop modus richtig geil vor koffer euch Sie können uns töten, aber Sie können nicht! Eigentlich, Sie können uns töten, wenn wir Sie erst töten! Um! Und wegwahrer! Also es gibt wirklich keine Mission, die langweilig ist. Also in jeder Mission ist ausreichend Action vorhanden. Ah, C4! Perfekt! Optionales Ziel! Die Kunst des Krieges! Belohnung! Vollautomatische Schrotflüter! Michelle, ich habe die Transmission bekommen! Das Artifakt, das Sie suchen, ist neben mir! Ah, danke! Es wäre sehr wichtig, Sie zu retrieren! Wir nehmen alle mit! Aber das wird auch gefährlich sein! DANGEROUS ist mein Mittelname! Das ist eigentlich Herbert, aber ich habe es sorgisch entfernt. Richtig! Wir müssen sie stoppen, bevor sie alles zerstören! So, die waren kein Problem! Easy! Hier ist es! Endlich! Die Sinfue Vierge von VanClau! Die Minderheit der Vierge von VanClau! Die Minderheit der Post-Impressionist des 19. Jahrhundert! Die Minderheit der Vierge von VanClau! Ja! Ich dachte, Sie wissen! Ich denke, es macht Sinn, aber... Komm schon! Ich dachte, es war ein Weapon! Oder zumindest etwas, das explodiert! Sie ist! Sie ist, aber es ist eine Schilderung! Ich kann es nicht mit etwas mit einem Schilderung! Ich kann es nicht mit einem Schilderung! Schilderung! Mein Freund, nicht zu worry! Für Sie, ich habe das! Das ist eine Schilderung! Und die Schilderung ist okay, auch! Ich bin nicht froh, dass wir es schildern haben! Ich dachte, es war ein Schilderung, das weiß ich? Wir wissen! So cool, die Waffe! Die werden wir gleich mal testen! Jetzt muss ich ja erstmal weg! Deckung! Ich bin weg! Ich bin weg! So cool! Das ist so ein Schilderung! Das ist so ein Schilderung! Ich bin weg! Der ist im Grund, was er auskätzlichogan. Gutes zielen setzt sich voraus sehr geil so haben wir hier noch ein paar gegner ein bisschen rüstung sehr nice so noch einer oh ne bitte nicht so 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 Was geht denn da ab? We're taking fire! Das ist ja nicht mehr normal Muss man heute anders regeln Alles klar ey Viel zu viele ey Boah das sind so viele Ja Ey, das ist zu krass Muss ich wahrscheinlich mal woanders hin gehen Weil da ist einfach zu eng Wer geht? Warum würde ich etwas schocken? Denk clearing. Macht, habe ich einen Platz. Haha! Ha ha! das ist zu groß das war ordentlich gut war auch ein fehler dass wir da oben einfach stehen geblieben sind weil das war einfach oben auch zu eng war halt dumm das war viel zu eng hier oben ja guck mal ob was hier los ist ja die waffe ist für den arsch kaum munition kaum waffen ich brauche heilung heilung genommen von ganz ganz vielen ja halt ein damage nicht mehr normal ja Ich bin hier. Mann, muss man sich mal überlegen und das ist oft normal. Wie stelle ich mir das vor, wenn man das auf ultra schwer spielt, ey, da ein Schuss bis tot, ey. Schafft man ja nicht, nicht mal als extremer Pro-Gamer kriegst du das hin. Einfach zu heftig. So, jetzt gehen wir erstmal da zu den, ähm, Verwandten, ne. Motorrad wäre nicht schlecht gewesen, aber kein Problem, dann laufen wir halt. Das wird dich aus meiner Miserie bringen. Das hat endet! Stürzt ab Ja cool eingepackt Ja schön für dich Radio interessiert keine Sauer Ah ja die Maschinen aus kriegt ja Welten Natürlich wieder die Scharfschützen überall die dürfen ja nicht fehlen Abschau Aber so ganz fehlerfrei ist das Game nicht finde ich Die Gegner bleiben einfach manchmal überall hängen Hm okay Kann ich mit leben Sagen wir mal so Aber wir sind jetzt schon so weit gekommen Da geben wir nicht auf Ja Return fire Show them what we are made of Where for us are? Unfall der Eber 1 5 2 4 3 5 7 Ich muss hier erstmal weg Ich höre wie viele da immer kommen Er ist auch einfach mal stecken geblieben Macht keinen Stress Auf die Dächer, da wo keine Sau hinkommt Wow, ein Schuss, ne? Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss fahrer der kvarer Oh. Oh. And now a message for more aircraft. There is a Resistance workshop nearby. Oh. Die Werkstatt ohne Merkblatt erreichte die Werkstatt. Wäre ja sonst so einfach. Hier ist es. Wir gehen rein und holen die Werkstatt. Könntest du die Entrennung behalten? Die Entrennung behalten ist mein Mittelname. Er ist ein verrückter Mann. Ich mag ihn. Na klar, ich kann er natürlich verteidigen. War ja klar. Schreihelze wieder am Start. Schreihelze Na kommt mal alle her Oh eine beschüssene Sackkasse Oh da beugt ne andere Knarre Laut noch Äh, ist doch jetzt langsam mal gut, oder? We got everything that matters Any problems? Nope We heard gunfire That's not a problem, it's a solution I found this in one of the boxes Perhaps you could use it Nice, thanks That was a fun little shopping trip Ziel abgeschlossen Oh alt schon einsammeln War ja easy So können wir jetzt endlich mal Zu den Informanten Ah mon ami You will not believe the things we have experienced here in Carcassonne Just last week we had to kill A dragon Yeah, I shot a unicorn once I told you, you would not be impressed Na stimmt, C4 wäre natürlich auch nicht schlecht Weil davon haben wir Gar nichts Oh, keine Ahnung, was das hier für ein Teil ist Werden wir wahrscheinlich gleich Sehen Ja, war ja klar Konnte ich nur schon irgendwie denken Was ist das hier für ein Teil ist? Oh, now you are impressed Yes A lot of bad guys Will Carcassonne You will never work like it Oh, eh, boheilung Oh, eh boheilung Borgen Was ist einfach zu fett, ey I just impressed Offered Just last week we had to kill A dragon Yeah, I shot a unicorn once I told you I'm not impressed Da kommen manchmal so viele, das ist einfach so viel. Oh, wieder aus allen Richtungen, da wirst du nicht wohin. Einfach eine beschissene Sackkasse hier, ey. Hier liegt nicht irgendwo Midi-Kid rum. Oh, wieder aus allen Richtungen. Und dann noch die auf dem Dach, ey. Ich bin sicher, dass es bald mehr gibt. Könnte besser sein. So. Ja, das ist egal, da kommen immer mehr. Ja, das ist egal, da kommen. Ich sag da, das ist absoluter Wahnsinn, was hier ab wird. Oh. Die mit ihrer verdammte Bombe, ey. So, wartet jetzt, sehr schön, ich dachte, das wird jetzt, oder kommt noch mehr. Ja, na klar. Natürlich kommt noch mehr. Ja, na klar. Kommt die Grafikkarte gar nicht mehr hinterher. Wer ist er denn? Ja, na klar. Das ist unser Informant. Er ist, was? 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 Du bist sicher? Bitte, Human, bleiben calm. Ja, ich bin. 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 Aber. Ich bin. 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 Du, Akraman? Wie zeigen wir unsere Kampfkampf zu unseren amerikanischen Gästen? Perfekt So Leute, weiter Aber irgendwie ist er auch nicht gerade die krasse Bombe, ey. Ein bisschen mehr erwartet Alles klar Geo ist ja nicht nur noch mal Kann doch nicht so schwer sein Boah, 8% Das kann noch nicht sein Wie viele ist ja nicht nur noch mal Nichts hier jetzt einfach durch, ist mir egal Weil das ist dann zu heftig So, vorwärter 100 mal verrecken Rennen wir einfach durch Das ist doch alles, dass wir uns Nichts, Charly, es passiert zu den besten Wir müssen uns herausfinden, dass wir für den Kasten Sie sind alles, was wir haben! Sit tight, ich komme! Nein, das ist zu wichtig! Sie müssen nachher gehen! Wir werden sie beschränken! Good luck, Stone. Glück hat nichts zu tun mit es. Guns. Guns haben alles zu tun mit es. Komm, meine Freunde! Eroshota, Hunda, die Free peoples der Galaxie! Stand zusammen! Der Name war Programm, ey. Am Anfang war noch alles schön easy, auch so in der Mitte. Aber jetzt hier eben, das Ende hier, das ist einfach zu viel. Auf normal ist das schon extrem schwer. Und wenn da so viele kommen und du hast ganz wenig Leben, kaum Munition, dann ist es wirklich schwer da durchzukommen. Und bevor wir da hundertmal verrecken, rennen wir einfach durch. Wenn es geht, dann sage ich schon mal, danke fürs Zuschauen und rennen gehauen. Bis dann!